Nein! Die schnapp ich mir. Die schnapp ich mir, mein Lieber. Komm schon! Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen! Hey Leute! Was geht? Carnivors from Abzugames und Leute! Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft und wir zocken mal wieder online ein bisschen. Heute Bad Wars und ich bin heute alleine. Nina ist leider nicht da. Deswegen zocken wir heute alleine, aber das ist für mich nicht so schlimm, weil ihr wisst natürlich, mit Nina war das bisher immer nicht so... Doch, es war erfolgreich. Und wir wollen heute mal ein bisschen was anderes spielen und zwar zocken wir mal heute 4 vs. 4 vs. 4 vs. 4. So, ich habe den Modus noch nie so gespielt, im Squad sozusagen. Deswegen... I will kick while joining that server. Okay, versuchen wir es noch mal. Okay, ich bin drin. Sehr gut. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das irgendwas anderes ist. Ich muss nur Befehle. So. Obwohl... Ne, ich lasse den Chat lieber an, falls... So, okay. Wir sind auf einer... Ist das eine normale Map? Jurassic. Obwohl, diese Map hatte ich so. Bisher glaube ich noch nie. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall in einem Team jetzt. Mal gucken, ob das hier besser klappt. Bisher war ich ja mit Nina in meinem Team. Diesmal ohne Nina. Nina Pina. Und ich bin Carni Carn. Ja, okay. Geht's jetzt mal los? Nice Map. Ja, geht. Okay, wer ist jetzt für was zuständig? Ist die Frage. Benutze dein Bett und... Kommt hier auch ein bisschen mehr? Hallo. Wir sind zu viert. Mit Rallybird. Keine Ahnung wem. Und keine Ahnung wem. So, es gibt nur 4 Teams hier. Ist klar. So. Der hat hier schon irgendwas liegen müssen. Keine Ahnung was. Ähm... Kann ich mir hier schon... Ja, perfekt. Dann brauchen wir eigentlich... So, ich kümmere... Hier kümmert sich ja keiner ums Bett, Leute. Danke. Ja, perfekt. Hier. Wir bauen das hier mal ein bisschen... Aus, ne? Ah, hier kommt auch viel mehr, sehe ich gerade. Okay, die kümmern sich so lange um den Angriff. Ich kümmere mich noch... Gnüge heißen, ich koche noch 21 weiter. Okay. Ja, komm, der kümmert sich ja anscheinend darum. Ähm, vielleicht... Brauche ich mir dann irgendwie hier sowas. Ja. Die haben hier schon was gebaut. So, wo seid ihr dann lang gegangen? Ähm... Auf jeden Fall hier. Also unser rotes Team scheint relativ gut zu sein. Da bin ich endlich mal froh. Weil dann kann ich mal vielleicht hier gewinnen, das erste Mal. Oh, warte, Smaragd, in wieviel Sekunden? In drei Sekunden. Perfekt. Nehme ich mit, nehm ich mit, nehm ich mit, nehm ich mit. Zack. Hallo. Oh, da ist blau. Ich glaub, der wusste nicht, wie das geht. Der hat das da einfach liegen gelassen. Komm, schon blau. Die schnapp ich mir. Die schnapp ich mir, mein Lieber. Aber sowas von... Komm schon. Der haut hier die ganze Zeit ab. Den krieg ich. Ja, geh ruhig in deine Basis zurück. Kein Problem. Ich lauf dir hinterher. Ja, auch wenn deine Leute da sind. Das ist mir sowas von egal. Guck mal, die bilden sich jetzt. Nein! Ach, schade. Ja, die waren da zu viert, deswegen. Wie hab ich jetzt kein... Ich dachte, ich hätte direkt jetzt ein Steinschwert. Wie brauch ich dafür? Smaragd. Ich brauch drei Smaragd dafür. Einen weiteren. Okay, den hab ich jetzt. Okay. Hallo, was soll das? Pass auf, hier kommt Gelb. Wo sind denn die anderen? Ja, geh du mal zurück. Ich klau mir. Komm hier. Komm, komm. Yes. Juhu. Du hast dort hier ein bisschen, bis der nächste kommt. Ich frag mich, ob ich mich so lange zu... wo ich mich hinbauen kann. Ich glaub, ich geh zu grün so lange. Ich hab ne Holzachse auf jeden Fall. Das kann ich hier sowieso nicht abbauen. Wie ist der alleine? Hab ich... Er hab ich gesehen. Er hab ich gesehen! Er hab ich gesehen! Okay, ja komm, komm, komm. Hier bei uns bitte nicht alles hier freilassen. Das wär ganz lieb, Leute. Ich warte mal so lange. Das ist aber... Sieht aber noch nicht so super aus. Ich brauch's noch zwei weitere. Ja, ist ja gut, Mensch. Hab ich doch jetzt. So, ich bau unser Quartier noch ein bisschen aus. Es sieht ja noch nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Na? Ja, sehr gut. Hab ich hinge... Ja! Ohne Schwert! So, kommt, Leute. Nimm mir hier nicht alles weg. Das ist fies. Pumpkinators Pumpkin. Ach so. Oh, das war... Na gut. Ja, ist ja jetzt gut. Jetzt klaut hier nicht alles. Können wir hier denn... Ah, okay. Ich hab kein Ding. Also 4-4 im Squad-Bot, äh... Macht natürlich ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Muss auch ein gutes Squad erwischen, aber... Was? Ein Gold? Ja, komm. Ein Gold dann noch. Oh, blaues Bett wurde kaputt gemacht. Wurde zerstört. So, ich nehm mir aber auf jeden Fall hier ein bisschen was. Was brauch ich dafür? Zwei weitere Eisen. Okay. Ich will gerne... So. Nein! Oh, nein! Wieso bin ich da runtergefallen? Sag nicht, ich hab jetzt alles verloren. Ja, war klar. Ohhhh... Sei vorsichtig. Gleich kommt hier gelb runter. Es wird total... Mal guck, guck, guck. Verschwinde. Ja. Nein, 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 nein! Bitte mir! Ohhhh... Leute. Ich hab schon alle irre, die haben an Rüstung her, Mensch. Pass auf, da kommt einer. Warte mal, ich könnte doch zu blau... Ich geh jetzt zu blau, weil da müsste doch jetzt... Mann! Wieso? Ich bin heute so schlecht gerade. Wie kann ich hier noch runterfallen? Dann kann man das mal einer erzählen. Leg blau denn noch? Also... Blau ist hier, aber nicht... Doch, die sind auch im Quartier sogar. Euer Ernst? Euer Bett ist doch schon... Ja. Nein! Aber zumindest hab ich einen bekommen. Finale Kills hab ich sogar einen. Ja! Komm her, liegt dazu ein bisschen was. Dann komm her, liegt dazu ein bisschen was. Drei goldene Bräume. Es geht weg. Ja. Hat er hier was reingetan? Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt... Noch reingeholt? Das darf ich hier aber... Ist da einer hinbekommen? Ich wollte schon sagen. So komm, wir finishen jetzt blau. Das war nix. Yes! Wow! Was war das? Guck mal hier. Blau ist jetzt komplett weg. Sehr gut. Wir haben blau erledigt. Das ist stark, Leute. Das ist ganz stark hier. Mein Squad. So, ich hab vier... Ich geh mal hier rüber. Die haben doch hier bestimmt auch noch ausgeliehen. Und sowas von. Die Missmaragde und Drogen, meine Mann. Was ist hier alles am Ende? Und das hier Klosse. Ähm, was ist das denn? Unsichtbarkeit nehme ich mal. Was ist das hier? Dream Defender. Ich kann auch bestimmt was mit Diamant holen. Oh, einer hat das Spiel verlassen. Ah, das ist so ein äh... Zack! Das war's wohl. Das hab ich hinbekommen. Ich nehm mir hier noch ein paar Diamanten. Also, dieser Dream Defender war eigentlich ziemlich gut. Golem fand ich eigentlich ziemlich klasse. Hab ich gut mit weitergekommen. Also, ich staub hier die ganze Zeit die Diamanten ab. Mein Team ist ziemlich gut mit. Das muss ich sagen. Ich hab schon 5 Kills. Hätte ich niemals gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Dann kann ich mir noch so ein Ding holen? TNT. Bringt das was? Oder muss ich das jetzt anzünden? Dann bin ich ja unsichtbar. Und vielleicht baut er hier was. Sieht er mich? Bestimmt. Grünes Bett. Okay, ist nicht unseres. Ach, da. Da hat die Kämpfe schon. Ich geh mal zurück. Nehm mir wieder ein paar Diamanten mit. Ist das vielleicht für unser Team? Ich weiß es nicht. Ich brauch auf jeden Fall ein bisschen Wolle erstmal wieder. Muss ich mir hier mitnehmen. Ich geh mal hier lang. Ich kann mit Diamanten, kann ich doch Team Verbesserungen machen, oder nicht? Ja. Ich geh mal hier lang. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Nein, jetzt wirklich? Wir wurden eliminiert? Nein! Da war ich ganz gut drauf. Egal, wir machen auf jeden Fall noch so eine Squadrunde. Hat mir halt ziemlich viel Spaß gemacht. Machen wir auf jeden Fall nochmal gerade. Ja, tut mir leid, dass ich heute nicht so viel rede. Irgendwie hab ich das Gefühl. Ich bin heute sehr ruhig. So, wie sieht es dann aus? Kann ich jetzt zurück in die Lobby? Hallo? Wollen wir nochmal spielen? Ich hab keine Ahnung. Zufällige Karte? Ja. Okay. Dann kommen wir in eine neue Squadrunde. Arcway. Okay, das ist eher so Clash Royale-mäßig, glaube ich. Ne, das ist eher so asiatisch, glaube ich. Cool. Okay, mal gucken, mit wem wir in einen Squad kommen. Ich finde, dieses 4-4-4 macht viel mehr Spaß. Oh. Hallo Donald Trump. Was machst du denn bei Minecraft? So, kommt schon. Wir brauchen mal Spieler. Okay, gleich scheint es zu laufen. Ja, los, kommt schon. Ich will, dass es startet. Okay, wir sind Team Gelb. Ich hoffe, wir überleben. Ich hoffe, wir überleben. Ich hoffe, wir überleben. Wir brauchen jetzt mal wieder ein paar Wochen. Nimm mal die ganze Zeit. Und die ganze Zeit. Ich habe noch welche gesehen, oder nicht. So, ab gehts. Nein! Wieso? Die ganze Zeit heute? Warum falle ich heute runter? Das ist irgendwie voll. Das passt doch nicht. Komm, ich gehe jetzt hier auf gut Glück mal. die bauen hier sich schön den Weg ich verstehe gar nicht, warum das bei mir so lange dauert die ganze Zeit beziehungsweise warum ich hier ständig runterfalle ja, ich mache sowas hier ok, sehr gut da haben wir eine rote Burg hier ist die gelbe Burg in 16 Sekunden ok, kommen wir hin ja, eine kümmert sich schon hier um das Bett ändertruhe, habe ich ja gar nichts reingetan komm schon, komm schon, komm schon ein bisschen einsammeln das kriegen wir noch hin zumindest ist ja jetzt gut, Mensch der links hat mir eigentlich hier gut gefallen 52 das sollte erstmal reichen yes, keine Chance hier wenn man das Baraktöwitz haben, ne kannst du vergessen, du aber sowas von gut, ich sollte ein bisschen vorsichtig sein ah, Mann schade ich habe schon drei Kills hätte ich von mir nicht gedacht, um ehrlich zu sein dachte ich werde ein bisschen weak aber es geht also im Squad macht Bad Wars auf jeden Fall mehr Spaß als alleine, muss ich sagen also für mich zumindest da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr los hat hier keiner Teamverbesserung oder so oh Gott hey, da war das oh Gott, ich muss irgendwas tun sonst brennt hier unser Bett noch ab nicht ja man steht nicht die ganze Zeit da, ich muss auch was holen die stehen hier alle so, als gibt es hier irgendwas umsonst so, Kollege, du kannst jetzt erstmal schön hier hinkommen ja, komm komm, du kannst hier hinkommen, ist kein Problem ja, dich meine ich oh nein okay, okay, wenn ihr hier so lange noch zugange seid, dann hole ich mir meine Sachen hier dann habe ich mir ein besseres Schwert na gut, ihr seid zu zweit, ihr kümmert euch da auch das kriegt ihr ja wohl hin, oder? komm, komm, komm komm sneaky, sneaky, der Typ was, ich, warum denn ich? Leute, kümmert euch um unsere Ausrüstung, Mensch wir brauchen hier mal besser Ausrüstung, du kann nicht sein, dass wir hier ständig verlieren, Leute also ich gehe mal Richtung Dia ob da irgendwas gespawnt ist, oder ob da sich jemand überhaupt drum kümmert ne, anscheinend nicht guck mal, wie viele fünf Dias haben wir hier dann kann ich doch ein bisschen unser Team hier ein bisschen pushen ich darf jetzt nicht runter fallen so, fünf Dias, äh, besseren Schutz, glaube ich ähm, oder schärfte Munition okay, fünf Diamantenstufe Schutz 1 haben wir jetzt zumindestens was haben wir, waren gelb, ne? ja okay, der kommt von da haben alle noch ihre Betten anscheinend oh Gott haha schmiki und weg ja, ja, kommt ruhig hinterher ihr wart alle am schlafen, meine Lieben oh Gott der hat Silberfische oh, der hat Silberfische ach, ist das schön das erste Bett ist schon mal weg und ich bin dafür verantwortlich Smaragd ist gleich da ja schön das gefällt mir das gefällt mir richtig gut ja, hätte ihr ein bisschen besser aufpassen müssen, meine Lieben boah nicht schlecht gut verteidigt gut verteidigt das ist halt so, wenn man kein Bett mehr hat das ist natürlich nicht so schön ja, kann ich mir vorstellen so, wie sieht es denn hier das kann ich nicht mehr machen wir mal sowas ich hole die Dias schön will jemand anderes die Dias klauen? guck mal, guck dir das mal nein, 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 nein MAAAN die packen hier was die packen wahrscheinlich die ganze Zeit was für sich hier hin kümmer was ab ok Ja, komm los, das wird mir hier zu langweilig, die ganze Zeit warten. Ich gehe lieber auf Angriff, auch wenn ich keine gute Ausrüstung habe. Eieieiei, heute habe ich es aber, Leute, heute habe ich es aber. Da kommen sogar schon die Feuerwehr. Ja, ist ja gut, ich versuche nicht mehr runter zu fallen, ist ja in Ordnung. So sieht es aus. Oh nein. Nein, das hätten wir aber vorher merken können. Mann! Wow, warum haben wir jetzt hier auf einmal so viele Diamanten? Geschärfte Schwerter. Your team permanent gains sharpness. Yes, sehr gut. Okay. Ich habe die Schwerter auf jeden Fall verbessert. Da brauchen wir noch 30. Da so ein bisschen vorsichtiger zu sein. Wie sieht es denn aus mit, äh, ich habe da irgendwas von Smaragd-In gelesen. Okay, wie sieht es aus mit diesem Death Defender? Okay, perfekt. Den nehmen wir doch mal direkt mit. Leben dann alle bei uns noch? Wow, nein, ich bin, äh, nee, der Vorletzte bin ich. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ist er denn Smaragd? Nein, noch nicht. Oh Mann, was war denn mit dem Brot da los? Nein, Leute! Das war es mit Bad Wars. Zweimal Squat. Finde ich aber Spaß. War es einmal fünf Kids oder ich glaube einmal irgendwie sechs Kids oder auch fünf. Leute, wenn ihr Spaß hattet, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, gebt, um das Abo dauernd. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.